Ich bin gegen Zensur, gegen eine einseitige Berichterstattung, gegen richtige Nazis, die andere Nationalitäten hassen, gegen diese heuchlerischen, toleranten und vielfältigen Gutmenschen, die sich wahrscheinlich öfter widersprechen als eine Baerbock in der Zwei-Minuten-Rede. Ich bin gegen radikale Moslems, gegen eine Islamisierung in Europa, gegen Antisemitismus, bin aber auch für palästinensische Demos. Ich bin gegen Unterdrückung, ich bin gegen Klimakleber, ich bin für Umweltschutz, ich bin gegen diese Pharmagesundheit, ich bin für mehr Bewusstsein des eigenen Körpers, ich bin für die Demokratie, ich bin zum Beispiel aber gegen dieses Demokratieverständnis von denen da oben. Ich bin einfach ein friedlicher Mensch, der sein normales Leben zurück will, der keine Lust mehr hat auf diese Shit-Show aktuell. Ich bin auch gegen Migranten, die Einzelfälle verüben, ich weiß aber auch, dass die meisten Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund gute und friedliche Menschen sind, mit denen ich gerne ein Bier trinke, mit denen ich gerne einen Döner esse, mit denen ich gerne auch Spätzle mit Soße esse im Schwabeländle. Versteht ihr, was ich meine? Für mich gibt es aktuell nur Menschen und Arschlöcher. Und das Problem dabei, dass die Arschlöcher leider an Dominanz gewinnen, wird Zeit, dass wir sie wieder zurückerobern, die Normalität. Denkt drüber nach und jetzt kommt hier vorbei für alternative News, denn die gibt es und ich bin gerne ein Freund davon, denen da oben den Spiegel vorzuhalten. Ich bin aber auch gerne ein Freund davon, von einem normalen Leben und wenn mich jemand deswegen kritisiert, dann soll er mich deabonnieren und dahin gehen, wo der Pfeffer wächst, ist mir auch egal. In dem Sinne, noch einen schönen Sonntag, haut rein!